willkommen zu einem neuen forget the forest mit der flamme wir haben gestern letzte folge was passiert wir haben da viele tote babys ein fest und ein kind gefunden ja so ein kind ich will nicht kennen oder ob es kein weiß ich nicht ja es ist ja noch hallo es bewegt sich noch lol ich weiß ja jetzt bin ich so richtig ganz krank ja wo wir müssen eigentlich also eigentlich wollten wir alles einblenden ja machen wir mal dieses ende was die wo wir haben wir spielen können oder ich weiß es machen wir sehen wir laufen einfach weiter und schauen das kinder weg ich kann es weg legen um so ein weg geben könntest du das kind nehmen ja die animation sehen ja ich habe mich los teams auch wenn sich in dieser war ja ich hole ich sage ja gerne kinder rum ja okay ja das ist ja unten eigentlich aber ja das ist das wasser dann der war auch geil ich muss sagen dass der boss schon cool war also dann gib mir das kind endlich hier einfach ein kind selber so macht er auf einmal auf mich nieder ein bock doch wohl gar kein bock dann machen wir sind ja eine kindin hals gefüllt und die mäßigen ja was denkst du um mich voll ja ich dachte ich auch so macht das mit dem kind herum und ich bin da lang ruhig ich weiß nicht, dass der andere von so einem steht und mich erschreckt. So, ich hab auch hierhin ja. So, Hallo, der rote Mann liegt eben auch da. Gut so. Gut, wenn der auch liegen bleiben. Einfach reinhauen, oder? Einfach reinhauen. Ja, jetzt haut das Kind rein. So, erhaut die Falle, wenn man sagt, das Hauskind auch rein, oder? Guck mal, was? Guck mal, was? Guck mal, was? Guck mal, was? Guck mal. Guck mal, was? Guck mal, was? Guck mal. Guck mal. Guck mal, was? warum ich habe die karte jetzt ja ich auch es hat nicht funktioniert jetzt muss zu timi laufen er bringt mir nix kann ich machen hallo ich überlegt hat haben wir gemacht hallo richtig karte also fix was ich will der leser ja 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 ich verstehe nicht wegen wir haben mich ich habe das gefühl dass wir schon unabsichtlich ein ende machen könnte möglich sein aber das ist ein ende zu machen ich weiß es nicht was passiert was passiert wenn ich das spiel was was wir jetzt machen müssen irgendwas haben wir das sehen eigentlich nur kommt man noch in so einem raum hier liegen viele leichen bei mir meinst du herr video sehen ja bei tv irgendwas haben wir da gesehen wenn sie möglich sein ich weiß nicht ich habe keinen plan deswegen weiß ich nicht ich glaube es ist falsch ich habe keinen plan mehr oder ich glaube es sind falsch ich glaube es sind falsch ich glaube es sind falsch was ist denn das auch nicht so wirklich auch muss noch hoch auch wer wer schon da sind wir bei labor ich glaube ich bin jetzt doch mal doch einfach köpfe ja der raum wird sehr appetitlich aus da erinnere ich mich ich erinnere mich daran wissen richtig rauch ist sehr appetitlich aus aber sehr ja ja das war eine der ersten räume die ich jemals im bevor es gesehen habe ich ein bisschen eine der ersten räume die ich jemals bevor ich gesehen habe ja ich setze mich gerade auf den kopf drauf ja das kann man das ist nicht bringt gefühlt auch wenn ich schau dir einen kaffee das leer ich sagen ja 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 ich komme durch hallo einfach sprengstoff schon spannend war eigentlich schon einfach bitte jetzt muss wenigstens cool faschmusik kommt macht ich weiß was da ist jetzt müssen wir entscheiden abschlussbar ist und da tun wir andere flugzeuge unter er was soll man machen machen das da oben damit weil es war unser flugsturz als im kern ist das nicht heiß das ist nicht eigentlich das artefakt im kleinen groß da guck mal ja naja das musst du mal bist du musst das machen ich darf doch flug auf schluss war nochmals da wird das was mich genau machen die mir oder was schaut das mal hier an das hier ist der flugabsturz das dabei ist ja ich weiß es mir gerade nicht 50 50 ich wäre das ist der flug also ich glaube dass das karl für timi dann glaube ich ich habe das gefühl ist ich immer nicht ja ich doch nein warte mal wo wir von der flugzeuge oben hier hast wichtig bitte ausreden ja das ende definitiv mit timi retten und auch schluss abspritz machen was damit passiert weiß ich mache das da ist auf der flugzeuge oben hier musst du doch doch so ging es nur nebenbei müssen zweimal weil was der ist hello ja so ok jetzt bin ich gespannt wenn man keine ahnung was da kommt oder siehst du die animation ja ich seh sie ich finde es geil ins geile weiß ich glaube ich war so ausgestellt warum auch immer ja wir haben uns entschieden auf der insel zu bleiben und keine weitere umschuldige menschen zu töten ach ja jetzt haben uns entschieden team bleibt tot ok auch schon also jetzt nein du bist rauskipp bist raus ich komme was gibt bachse doch so leute in der kürzen anderen das ende erklären wir machen wir heute an den alternativ enden wer hat werden wir hätten ein neues flugzeug abgestürzt und dadurch hätte mit timi befreit dann ein paar jahre später wer wären wir bei so einem wettbewerb gewesen baumfälle fällen also baumstamm dann hätte sich timi weiterhin verwandelt und hätte und er hätte so gezuckelt so wie wir das in den einen film gesehen haben mit den einen kamera film und dann hätte er sich wieder beruhigt ein paar jahre später in new york glaube ich hätte er sich die zähne geputzt ist ausgegangen und was dann passiert weiß man nicht ok jetzt müsstest du es nur noch einblenden und dann wäre alles gut ich schicke dir die dort leider keine kinder mehr ich bin auch die animation hast du an umlegen was das ist auch wenn böse menschen ganz viele leute ganz miese brise so links 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 rechts ich habe mich informiert aber ich weiß nicht jedes ja ja so 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 das spiel komplett ende ja fix das könnte ja schätze ich mal kann aber sein dass wir jetzt den kreativmodus nicht voll doch normal also ja jetzt haben wir uns dazu entschieden dass er weiter bedeutet team hat keine lebenschancen wir haben endlich aufgegeben wir haben wieder voll ich blende aber die sachen ein und ich sage das war's mit der heutigen folge an sich das projekt geht weiter und wir haben es zu viel abgeschlossen und darin wieder so ein fettes fisch ja die store ist abgeschlossen leute da werden wir haben zwei ok bis dann leute